Das wird er jetzt persönlich erzählen. Ja, und darüber freue ich mich ganz besonders. Er ist wieder zurück im Team nach, glaube ich, schwerer Krankheit. Wir freuen uns riesig. Jakob Heinl hat seinen Vertrag verlängert. Und 21. Jakob Heinl. Das war zu leise. Jakob Heinl. Das war zu leise. 第一 annual der Bundesliga- countriesk. Change lines 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 lights 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 out. Meine Königl ist wichtig. Ja, die Freizeit!